So, moin moin, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Juarez, Ganslinger. Bis gar nicht, warum wir aufgehört haben. Iron Springs, 24. März 1882, 7 Monate nach dem Tod des alten Klemmten. Was haben wir denn überhaupt dabei? Die Bär haben wir dabei. Und unsere sechs Schüsse. Na, da hab ich geträumt. Aber halt schon. Wir haben hier wieder keine Deckung, ne? Wir stehen hier viel zu offen. Da lebt noch. Er lebt auch was dauernd. Ja, okay, los. Warten wir erstmal noch. Wir haben hier allzu viel Munition verdient. Haben wir den T-Näner? Nein, wir haben hier so eine Range. Wir treffen die zwei, aber das rechte nicht. Schießen die mit Gewehren? Oh, das klingt nach Gewehr. Jetzt macht er von da drüben Auge. Den haben wir getroffen, aber leider nicht gekillt. Das war Tiefschuss. Umnieten können wir so um. Das ist noch besser. Ja, wir haben hier wirklich viel Gewehrmunition. Ich hab bloß die Frage, was wir dann wieder vom Duell haben. Der kleine Schlotterner. Müssen wir auf die Todesordnung achten. Komm, zeigt der Kerbe. Oh, daneben? Das war auch wieder daneben? What the fuck? Können wir das zerschießen? Also merken, wir können nur die Umgebung nutzen. Aber cool wäre es, wenn wir noch ein anderes Visier hätten. Was? Abgesägte Schrotflinte gegen sechs Schüßer. Wer war ja damit. Au. Haben wir jetzt wieder von den Auge? Ne, bloß eine. Ja, gut, okay. Lost. Die Range ist ja gleich mal völlig von Arsch. Das war kein Treffer. Aber viel Gewärmmunition kriegt man eh noch. Da müssen wir auch so erst bleiben. Hinten will ich da mitkennen? Ja, okay. Ich finde die Scheiße. Ach, können wir gar nicht tauschen. Ja, toll. Ne, die abgesägt ist scheiße. Meine Meinung. Ob wir haben noch keine Nuggets gefunden, kann das sein? Weißt du, was ist die Easy? Hat man dann seine Waffe gesehen, würde ich mal frei behaupten. Okay, hier haben wir wieder Munition. Gelange zur Sägemühle und finde Curly Bill. Wollen wir das mal machen? Das ist Curly Bill, dann unser Nuellgegner. Das war ein Heady. Hör auf zu zaubern. Wir haben ja gar keine Range mit der. Das bringt's gar nicht. Wir haben ja noch Dynamit, ne? Wir laden nach. Gut, hier können wir vielleicht pushen. Was? Ja, gib mir ein Sechsschuss. Aua. Noch eine Wiederdeckung. Da klitzert was. Nicht gekillt. Ja gut, wir machen auf Range wie viel Damage. Es sei denn, wir treffen Kopf. Ja, wir haben die Konzentration aber. Ich fühle mich jetzt gerade nicht. Wir müssen uns das nur merken, dass hier drüben Nugget ist. Curly Bill. Fokus. Da drüben schon Welle. Aber die haben Gewehr. Schildkämpfer, okay. So nehmen wir auch Gewehr. Okay, bei dem müssen wir näher ran. Das sind drei. Das war kein... Das hat sich geduckt. Die Sau. Wollen wir so. Wollen wir es leider? Neues Latte. So, schauen wir mal. Zeit gewinnen. Bessere Beweglichkeit während Konzentration. Auf der Flucht im Sprint nachladen. Bräuchten wir aktuell jetzt nie, oder? Kalte Wut. Kaltblütig. Dynamiet erbeuten. Bereitschaft. Ranger. Goldenes Gewehr. Kanzierter Sechs Schisser. Tipps zu Nugget der Wahrheit. Okay. Gehen jetzt mal hier unten längs. Das hat man vielleicht schon eher gebraucht. Mit den Tipps. Ich muss nur die Frage... Das war knapp. Wie die angezeigt werden. Die Tipps. Müssen wir überhaupt längs? Da lang. Also gehen wir hier oben längs. Ja, aber so wie es scheint, gibt es hier keine. Da gibt es mehr. Gucken wir hier hoch. Leider nicht. Na gut. Dann machen wir weiter. Hängen bleibt. Ne Taschendermonie. Ne Taschendermonie. Gehen wir da lang. Na gut. Hier kommen wir eh nicht rein. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Ähm. Okay, wir müssen da lang. Dann gehen wir erstmal hier oben längs. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Oder auch nie. Hier kann es ja was werden. Hier kann es ja was werden. Nimmt einen. Bevor er sich eine einfängt. Curly Bill. Siege Curly Bill. Ah, gar neben dem normalen Duell oder was? Läufe vorbei. Ach, das ist Curly Bill. Ah. Das war ein Maler. Wo soll der jetzt hin? Machen wir das mal so. Hat gar nichts gebracht. Jo. Irgendwann haben wir getroffen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es Curly Bill war. Das war ein schöner Hit. Vielleicht kann man mit 6 Schüsse besser. Okay, wir müssen aufpassen. Schaut, dass wir uns nie rauslehnen können. So 31er. Ach, er trifft uns. Wir den aber nicht. Ist okay. So Leute, machen wir gleich Konzentration. Dann mach ich mir drüben ins Auge. Wir müssen auf Curly Bill achten. Das ist wieder einer gesteppt. Ich weiß aber nie wo er ist. Der war auch, oder? Wögel. Brochos hat mir keine Wahl gefordert, sondern свою Lebensweise. Aber Ringo hatte nichts zu finden. Ich wusste, dass du nicht zu Ringo hast, denn er hat mich gefunden, in einem anderen Ort noch ganz zusammen. Ansonsten, dieser Müller ist noch nicht bekannt. Ja, es war ein paar Monate bevor ich endlich durch den Kran des West Turkey Creek Canyon Okay, also war er erst gar nicht. Der nächste. Der Boss wird und stirbt. Johnny Ringo. Ah, wieder ein gewohntes Duell. Turkey Creek Canyon, 13. Juli 1828. Einige Monate nach Gotti Böse tot. Der erste Schuss war der, der ihn töten. Sorry, ich hatte die Legend für dich, Juni. Aber die Legend ist nicht immer wahr. Wo ging der erste Schuss eigentlich hin? Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Leistung. EP Gesamt 49.720. Erledigte 940. Präzision 940. Waffe der Wahl Gewehr. Auszeichnung der Wahl Kopfschuss. Duell Johnny Ringo. Ehrenhaft getötet. Fokus 92%. EP-Bonus 1860. Gnäglichkeit 43,6%. Gesamtzeit 0,947. Nuggets der Wahrheit 2 von 4. Ich frage mich gleich mal, wo die anderen Nuggets sind. Damit würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Gerne bei Insta, Twitter, Twitch vorbeischauen. Und würde sagen, bis zum nächsten Duell. Ciao, ciao.